Stimmt wie ein altes Moped, Schmerzen in den Ohren, immer bist du uns irgendwie auf den Nerv gegangen. Nein, damals hast du auf jeden Markt das Konzert versaut, Nachts konnten wir nicht schlafen, selbst gesoffen hat man von dir geträumt. Du spieltest Asak auf jedem Markt in unserer Gegend, ich sah immer wieder Leute reiern, denn es war ekel erregend. Asak, wir riefen die Könter zu Hilf, doch die Blitze haben nie getroffen, deshalb haben wir uns besoffen und wir waren alle völlig fertig. Ja, na klar, wir hatten Bauschaum da, das hat dich dann überzeugt. Die anderen wollten dich immer zusammenschlagen. Und überhaupt, das mit dir, das war so böse, das kann man gar nicht beschreiben. Heute wurdest du im Bauwagen und dein Sack hängt an der Wand. Komm, nimm das Ding, der Winter kommt, jetzt wird er schön verbrannt. Ich schweife ab! Ich schweife ab!